Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Battle in die Schlacht um Mittelherse 2. Ja, und in den letzten Folgen gab es, oder beziehungsweise in den letzten Aufnahmen gab es ein paar Probleme. Einmal Black und einmal war ich das. Und deswegen nehmen wir dies jetzt zum, ich glaube jetzt zum dritten Mal auf. Aber ja, wir sind jetzt aktuell in der taktischen Phase, das heißt wir müssen unsere Einheiten platzieren. Aktuell sieht mein Gebiet relativ klein aus. Ich glaube, das wird auch nicht viel größer mehr werden. Ich möchte auch. Und ja, wir gehen einfach mal auf unsere eigenen Kanäle wieder zurück und werden ein bisschen was diskutieren darüber. Okay, gut. So, also, ja, die Züge sind mir ja von ihm schon ein Stück weit bekannt. Wir haben jetzt hier, wahrscheinlich seine kompletten Einheiten hier hinziehen. So, die Frage ist jetzt, wie wir das machen. Entweder greift er hier an oder hier an. Eigentlich ist es auch scheißegal, wo er angreift. Letztlich ist es ziemlich scheißegal. Ja, okay, genau. So machen wir das. Wir werden hier alles abziehen und werden zumindest hierhin noch was ziehen. So, wir bauen hier, bauen wir noch. Wir bauen auch hier noch. Wir bauen auch hier noch. Dann können wir nochmal was bauen. Ah, komm, wir können gerade gar nichts bauen, weil wir halt schon genügend Einheiten heute haben. Hier bauen wir auch Duneländer. Hier kann man noch ein paar Wargen bauen, wobei das nicht viel bringt. Okay, gut. Kommen wir hier unten noch. Dann haben wir hier unten auch noch was. Ah, hier kommen wir auch noch was hinbauen. Dann bauen wir hier mal noch. Was ist das? Modo. Schicksalsberg. Okay, gut, dann gehen wir mal auf Phasebänden. So, ich schätze, er wird entweder hier oder hier angreifen und er wird natürlich auf jeden Fall hier angreifen. Jetzt habe ich leider diese Einheit hier nicht weggeschickt, aber das macht jetzt auch nichts. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Da oben wird er angreifen, da oben greift er an, genau. So, dann gehen wir hier mal auf Echtzeit. Und da lädt es auch schon. Ha, 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 neuer Rechner und meiner ist trotzdem teilweise schneller. Meiner lädt ja auch für dich mit. Wie war das mit schneller? Ja, lass mich. Okay. So, unsere Baumeister sind in Aktion. Oh, wir haben jetzt noch mal weniger Fähigkeiten, wir können gerade so den Wächter beschwören. Das ist nicht so toll. Aber uns fehlen, okay, plötzlich ein bisschen was fehlt uns da. So, schauen wir uns einfach hier und mal um. Und seit jeder Erfahrung, die wir jetzt hier noch sammeln können, irgendwie, man kann, hilft, wird uns auch hier weiterhelfen. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, mach, was euch befolgt wird. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen kämpfen. Los, vorwärts. Los. Ein Höhlen-Troll. Ein Höhlen-Troll. Ein Höhlen-Troll. Noch ein Höhlen-Troll, okay. Noch ein Höhlen-Troll, okay. Okay. Hier oben haben wir uns einen kleinen Haufen. Den werden wir uns auf jeden Fall noch mit einnehmen. Ah, hier oben ist ein Gebäude. Wunderbar. Ja, aber es ist ja noch relativ ruhig. Wir würden natürlich auch erst mal. Oh, Grabung, Alter. Oh, da können wir nichts machen. Das haut unsere Einheit weg. Das wäre eine Scheiße. Na ja, er wird jetzt, wird wahrscheinlich hier auf der anderen Seite sein. Na ja, das heißt, der einzige Weg, in dem Fall zu uns, wäre demzufolge ja über diese Insel hier. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretischerweise hier was hinbauen. Ja. Das ist ja erst mal logisch. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kommt man hier, na gut, hier kommt man ja auch durch. Das ist ja so seicht das Gewässer hier. Aber in erster Linie hier unten einmal. Und hier oben. Das sind so die zwei Eckpunkte, wo man durch kann. Hier unten sind wir ziemlich safe eigentlich. Wir haben viel zu tun. Wir wären dann fertig. Da können wir nichts bauen. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh. Haltet euer Werkzeug bereit. Macht dich nützlich. Oh, wie der Graubunhalt. Ah, scheiße ey. Mist, Baumeisterblatt. Ich höre. Gehen wir. Da. Los. Da. So, wir bauen jetzt mal eine Uru Gruber. Wobei, wir hatten ja sogar schon eine. Eine haben wir ja sogar schon. Das heißt, er wird hier oben sein. Da schauen wir uns doch mal an, wie weit er so ist. Okay, wir haben nur die Hälfte, dann wird er hier unten, wo er sich recht zentral, wo er sich hin platziert haben. Okay. Naja. Ja. Wir bauen erstmal zwei, drei Armbrustschützen. Kann nicht schaden. Wir bauen auf jeden Fall eine Rüstekammer. Okay. Was machen die denn jetzt hier? Die sind ja irgendwie festgebackt. Ah, toll ey. Prima ey. Meine Einheiten sind festgebackt. Was ist das denn für Müll? Ach man. Kill die mal nicht, ey. Du, warum rennt deine... Ja, die sind gebackt, also. Da rennen drei, rennen da lang, drei rennen da lang. Komm, lass die mal, ey. Ich frage mich auch gerade, was ist denn da hier? Komm, guck mal, die... Die mache ich, ich klicke hier die ganze Zeit. Ja, oh. Oh, lass die doch mal. Oh, alter. Guck mal, der rennt da ein... Oh, Mann, oh ey. Vor allem kriegst du die nicht platt, warum kriegst du die nicht platt? Oh, jetzt, jetzt sind sie wieder okay. Nee, doch nicht. Doch, jetzt sind sie wieder okay. Komm, lass die mal. Nee, die rennen, ey. Die, ich hab die jetzt auf Rückzug geschickt, ne, und die rennen langsam zurück. Das gibt's doch nicht. Ey, ah, kein... Ist das bei allen deinen Einheiten so? Nein, nein, irgendwie nur bei denen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Schön. Okay. Weiter geht's. Gut, so, ein bisschen Holz. Er hat den Ring. So, wir werden auf jeden Fall unsere, ähm, fest zum Schuhen, ne? Wobei... Das lassen wir erstmal noch. Wir müssen erstmal hier noch bisschen was bauen. So, wo haben wir den denn da? Dann haben wir hier was. Hier sind alles, hier sind alles die Org-Höhlen. Dann müssten wir hier gleich mal aufräumen. Ja, gut, das müsste eigentlich schon mal reichen, die drei Stück hier. Wir hier haben. So, dann schauen wir uns doch hier einfach mal oben. Hier wird die Festung ja vermutlich sein. Ne, hier hat er die Festung, genau. Taktisch relativ gut gestellt. Oder hier vermutlich, hier unten, wird er dann wahrscheinlich irgendwas haben. Davon. Gut, dann drauf da. So, dann bauen wir hier unten, bauen wir auf jeden Fall mal noch einen, ähm, oder? So, dann bauen wir da hinten, bauen wir auf jeden Fall noch einen, ähm, oder? So, dann nimmst du das hier mal ein. Dann können wir auch hier noch die Duneländer, können wir jetzt auch wieder beschweren. Das ist auch sehr positiv. So, dann müssen wir hier oben... Und da ist Tom Bombadil. Tom Bombadil, Tom Bombadil. So, dann holen wir uns mal. So, dann können wir hier noch mal ein paar Sägewerke hinbauen. Oh, dann klappt nicht. Doch, das ist wunderbar. Oh, super toll. Ja, ist eh schon wieder weg. Das war nicht so zu gut. So, sammelt Rohstoffe für das Sägewerk. Okay. Gut, wir haben die Feuerpfeile, wir können auch die schwere Rüstung, können wir auch erforschen. Wir bauen hier mal ein paar Uruk-Armbost-Schützen. Hier ein paar Lanzen-Träger, wie immer mal. So, und wir können den Wächter, können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr positiv. So, wir könnten eine Mauer-Knotenerweiterung bauen. Das werden wir vielleicht auch mal machen. So, er hat jetzt natürlich seine kompletten... die komplette Möglichkeit, mich anzugreifen, irgendwie. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir einen... einen Vorposten davon. Eigentlich können wir damit mal... können wir damit mal was machen. Wir auskundschaften... wir kundschaften das hier mal aus. Das hier unten. Wir haben nur das Gebäude. Hier hat dann nichts stehen. Hier unten hat er nochmal... Du, was meinst du, machen wir erstmal eine Pause? Machen wir erstmal eine Pause, auf jeden Fall. Klar. Okay. Dann, Leute, freut mich wieder, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.